Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2. Wir sind jetzt in Kapitel 14 und machen unseren Gnadenlos-Modus Run weiter. So, die Magnum bitte nicht vergessen mitzunehmen. Und dann schmeißen wir den hier am Anfang mal runter. Zack. So, dann holen wir uns die Dragonoth. Meine Lieblingssniper. Zack. So, dann alle drei mit dem Magnum abschießen. Am besten jeden mit der ersten Kugel treffen, dann sparst du die Munition. So, gleich müssen die noch seitlich kommen. Einer, der andere kommt da. Zwei, fertig. So. Dann müssen wir jetzt weiter nach vorne. Genau, hier weiter. Hä? Aber woher kommt der Pisa? Okay, irgendwie war gerade irgendjemand hinter mir. Er hat mich gekillt. Aber, ja gut. So, zack. Und dann müssen wir oben rausspringen. So, da ist unser Boss. Der wartet schon auf uns. Sehnsüchtig. So, jetzt geht's los. Okay. Wenn es klappt, dann klappt es. Oh yes. Oh. Click. Wünscht mir Glück. Oh yes. Perfekt. So, zack. Ich bin Munition 1. Ich bin ein Snippen. Granate! Ich hab da nie geschossen, Alter. hoffen wir dass es klappt wo perfekt so war da gibt es jetzt kommt der hildi auch noch an jetzt kommt der typ der juggernaut hier ist bei irgendwie bin ich jetzt hier im transporter gelandet ich bin gestorben aber ja gut schnell wo ist er Oh, nein, 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 nein. Nein. Ai, 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 ai. So, jetzt geht's ab, Herr Fetter. Oh, nein, 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 nein. Waren wir alle? Yes, nice. No, ich kann nicht mehr weit sein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Endlich. Boah, ich sag's euch, der war echt ne harte Nuss. Boah, der war ne harte Nuss. Okay. Somit sind wir in Kapitel 15 und wir sehen uns dann gleich im nächsten Video. Bis gleich.